Willkommen zurück bei Jumanji im Tabletop Simulator. Mit dabei ist wieder der Toni. Hallo. Der anscheinend am Essen ist. Kekse sind lecker. Okay, das ist erlaubt. Und der Blankwurff ist dabei. Ich habe keine Kekse. Hallo. Na toll. Ich würde sagen, wir würfeln wieder erstmal. Die höchste Zahl beginnt. Wie schon in der letzten Runde. Ich fange mit einer 10 an. Das ist okay. Toni macht auch eine 10. Ich gehe gleich nach Hause. Du machst eine 9. Pass auf. Wieso randalierst du immer? Was soll ich das denn? Man braucht ja eigentlich so einen Kasten rum, dass du nicht rausschlagen kannst. Eine 9. Aber wir beide müssen ja eh nochmal, Toni. Ich mache jetzt eine 8. Jo, ich mache eine 9. Jetzt müsst ihr beide nochmal. Wer von euch beiden anfängt. Nein, nein. Toni Krian. Hä? Nein. Ah, stimmt. Ich wollte gerade sagen, so funktioniert das nicht, Krian. Naja, ich wollte es versuchen. Ein bisschen länger auswürfen ist doch cool. 1, 2, 3, 4, 5. Ich möchte, dass Toni jetzt einfach wieder zum Start zurückgeht. Ich will nicht vorlesen. Mach du mal. Los, Toni. Wie ist vor? Splinter, äh, rafters all around. Duck them and they will pin you down. Das hat sich nicht schön gereimt. Naja, irgendwie nicht, ne? Jetzt sag ich alle rund beam. Move back one space. Es geht noch. Ist ein humaner Anfang für dich. Sördele. Hey. Eine 2. Sehr gut, wir üben für nachher schon mal. Fischaugen. You're always there with much at stake. But now the ground begins to quake. All players move back to spaces. Ich versuch's ja, aber ich kann nicht. Ich bin halt gleich wieder. Eins, zwei. Ich bin gut vorwärts gekommen, muss ich sagen, oder? Oh, ein Erdbeben. Ich geh mal schnell wieder zurück. Warum schwebt hier hinten eigentlich eine Karte? Ist das die, die von dir gerade war, oder? Das war die von Toni, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und eine 1. Das ist korrekt. Was haben wir da? Was haben wir da? The boys do sloughing. Das provoke in any adventure. They are no joke. Schon wieder die Hygiene? Ja. All players move forward one space. Mann, bin ich nicht der Deutsch. Du bist super nett. Sie irritiert mich, aber du bist super nett. Eine 6. 3 und 3. Don't be fooled. It isn't fun. Staying, but won't be a blunder. The stampede of white animals destroyed a house. All players move back four spaces. Na toll, Toni. Bin ich nicht nett. Was macht der? Aber schon wieder kriegt der Toni eine Szene aus dem Film. Stimmt. Schön. Oh, tut mir leid. Wo warst du? Da? Hör mal auf mich zu spoilern. Vielleicht will ich mir das ja mal angucken. Ich glaub, da war ich. Neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich zieh wieder von hier. Das war bisher nicht ganz so schlimm. At night they fly. You better run. These winged things are not much fun. Run from the bats. Move forward one space. Jawohl. Alle Anspielungen bezüglich Filme werden ab sofort eingestellt. Von Blankwolf und mir. Nein. Das war Spaß. Das war auch aus dem Film. Drei, drei, vier, fünf, sechs. Die sechs. Die sechs hier, die gewürfelt wurde. Nein. Ich glaub, viele Karten sind hier aus dem Film. Ja, natürlich. Aber man sieht ja nicht alle. Also ich mein, manche Sachen... Stop the game you realize or one of you may vaporize. All players will realize this, äh, Lausnummer. It's a turn. Also fang an, Blankwolf. Diesmal darfst du sogar anfangen. Leg vor. Na ja, macht's spannend. Und wir haben eine neun. Neun ist nicht schlecht. Ja. Über dem Durchschnitt. Acht ist unter dem Durchschnitt. Äh. Also nicht wirklich, aber unter Blankwolf. Ne neun. Sehr gut. Klapp, Toni. Jo, da ist ein paar Kriere dran. Es hat gereicht. Es hat gereicht. Ne zehn. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Nichts Fieses, nichts Fieses, nichts Fieses. Enormous and yellow, these flowers grew. Their flesh-eating blossoms are hungry for you. Move forward to spaces. Ja. Wir kämpfen mal wieder gegen die, äh, Pflanzen. Ist auch aus dem Film. Eine, sieben, zwei, vier, sechs, und sieben. Sehr schön gelandet. Ähm, this will not be an easy mission. Monkey slow the expedition. Skip your next turn. Wusstest du, Toni, eigentlich, hab ich ein Pech, was? Wusstest du eigentlich, dass die Affen auch im Film vorkommen? Ich mein' ja nur. Oh, jetzt rennt er. Wow. Jetzt rennt der Toni. Go, Toni. Mein Gott. Zwei nach vorne, eins zurück, Toni. Das Tolle ist, wenn ich jetzt eine Acht mache, hab ich schon wieder gewonnen. Du machst jetzt keine Acht, Krian. Das ist eine Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, ja, nicht, bevor ich jetzt beim Start wieder bin. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist die falsche Karte hier. Die hatten wir schon. Beware the ground on which you stand. The floor is quicker than the sand. Limited movement for two runs. Das Gute ist für mich, das ist für mich gerade ein Sieg, weil ich darf eh maximal eine, äh, eine, zwei machen. Also ich brauch maximal eine zwei. Von daher ist es optimal. Wenn ich zu viel mache, zählt mein Wurf nicht. Das ist gut. Richtig, Toni, du bist dran. Also das war die beste Karte, die ich ziehen konnte. Ich muss skippen, hab die gerade weggelegt. Zwei, drei. Elephants charging, you must confess, a fried train's damage would be far less. Noraly, wer auch immer das ist. Noraly. Das ist keine Person, Toni. Echt? Oh. Ich dachte, das wäre eine Person. A void gets crushed in a car by a giant elephant. Who found what's next? Das heißt so viel wie knapp. Okay. Ob du es glaubst oder nicht, das ist auch auch im Film. Beziehungsweise nah dran. Was? Das ist auch im Film. Achso, passiert im Film. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Okay, Toni. Nein, Krian, du bist... Ich wollte gerade sagen, ich war gerade dran. Also Garg wird übrigens nicht mehr dabei sein. Komm, einser Pasch, einser Pasch, einser Pasch. Ist nicht. Okay. Mein Wurf zählt nicht. Welch Pech aber auch. Ist echt gut für mich. Diese Karte war es besser, was mir passieren konnte. Eine Elf. Oha. Oh. Vier. Matt, ich glaube, er läuft rückwärts. Falsche Richtung. Zwei. Sechs. Acht. Zehn. Elf. Oh. Guten Tag, Herr Blenkwolf. Hallo. When you see it, you will shake. It's big and green and rhymes just like a snake. Swallows you whole. Skip your next turn. Boah, welch Pech aber auch. Sicher, dass es eine Schlange ist. Es könnte auch Blake sein. Zwei. Drei. Langsam, aber sicher. Oh, ihr seid einander, ne? An angry sky holds bolts of light. If you can't take cover, you'd better take flight. In a better storm, Blake's the sky run to... Run to safety and roll again. Oh, guck mal. Na, war noch mal. Und jetzt zieht er danach wieder den Vampelt. Ja, das wär toll. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm schon, Vampelt. Wir brauchen dich. Äh. Äh. Eat a hand? Well, you just wait. We will help you out. We each have faith. Spiders carry you a head. Two spaces. Mann, hat der Toni gerade Glück. Das sind ja voll die netten Spinnen. Ist ja nicht schlimm. Ich mach jetzt zwei, hab gewonnen, alles ist gut. Nein, du machst jetzt keine zwei. Okay, ich mach zwei Einser. Nein. Oh. Seine Figur umgekegelt. Du musst nicht drittlich zurückgehen. Ne. So, jetzt kommt die Karte auch weg. Blankwolf muss aussetzen. Also ist Toni dran. Ach ja, richtig. Na, Gott sei Dank. Jetzt kann er gewinnen. Oder auch nicht. Kann ich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Du machst aber eine sieben. Versuch zu schummeln. Äh. A cavernous yarn with tusks of curse? Be sure to skirt this river hearse. Sneak by a hippo, was? Hippopotamus. Summies. Also wie gesagt. Ja. Ja, das weiß ich, oh. Roll a number lower than five. Oh, your next turn. No, on your next turn. Oh, skip your turn. Oh, so. Was brauchen wir? Wir brauchen immer noch eine zwei. Du kriegst keine zwei. Du kriegst erst eine zwölf. Eine zwei hab ich. Ja. Zwo, vier, sechs. Oh. Das könnte gefährlich werden, wenn ich da stehe. Aber gut. Nee. Raging and holding, a girl throws its might. Hold on for dear life or you be blown out of sight. Out of sight. A tornado appears, all players wall the dice, the lowest number skips a turn. Oh nein, nicht schon wieder. So. Oh, der ist fies gedreht. Eine fünf ist nicht gut. Ah, eine sieben. Tony. Tony. Nicht auf meine Figur. Na, verdammt. Macht er eine sechs. Verdient. Ich muss aussetzen. Nächsten Wurf. Oh nein. Neun. Wo? Vier, sechs, acht. Und neun. Er zieht wieder von da, ja. Every month, at the quarter moon, there'll be a monsoon in your lagoon. The house fills with water, full and odd number to continue. Oh. Geht das für uns alle? Nein. Oder nur für mir, you? Nur für dich, du hast die ja gezogen. Muss ich das jetzt machen oder bei meinem nächsten Zug? Nächsten Wurf. Also du darfst nur dann laufen, wenn du... Heute ist es ungerade, oder? Äh... Ne, gerade, oder? Ich überlege gerade. Ne, Tony hat recht. Ungerade. Also ne Summe muss ungerade sein bei dir. Jo, du bist Krian. Krian setzt aus. Blankwiff, du bist. Stimmt, ich setze ja aus. So, jetzt aber nicht mehr. Den Ton hier auch aussetzen? Ja, ich darf dich höher als fünf würfeln. Oh. Also, einmal ungerade, bitte. Zwei ist gerade. Ja, dann wird dein... Zählt nicht. Ne, zählt nicht. Na, mal eine schnelle Runde, bin mal wieder dran. Oh, ne Acht ist gar nicht mehr so schlecht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Schade. Hier könnte das Treffen mal wieder passieren. Das wäre ganz cool. Ach, verdammt. Verdammt. Das ist schon mal Poison war. Jetzt gibt's den Externen. Gott sei Dank sitzt Krian da. Gut, dann kannst du die Karte gleich weg tun, weil ich sowieso dran wäre. Also setze ich direkt wieder aus. Finde ich gut. Ja, ja. Du mich ja auch. Das gibt's doch nicht. Das ist immer noch gerade. Du, du hast wieder... Ach, zählt das die ganze Zeit? Ja. Er darf erst wieder vorwärts gehen, wenn er eine ungerade Zahl gewürfelt hat. Bei meinem Glück... Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf... Nein, das hat mir doch schon mal. Das hat mir beim nächsten Mal auch schon. Und danach habe ich gewonnen, also alles gut. Stimmt. Das wäre aber cool gewesen. So ein Battle wäre cool gewesen. Hush now, just listen. No complaints. Schade, drei wäre cooler gewesen. Hätte mir hier vielleicht auf ein Aufeinandertreffen kommen können. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich eine Eins werfe. Vier, fünf. Ich nehme jetzt auch mal von hier. Das sind coole Karten. In the jungle, you must raid until the dice raid five or eight. Ich will doch den anderen. Wiss ich. Den kann ja Blankwolf jetzt ziehen, wenn er denn dran darf. Fünf, danke. Ich bin wieder da. Bitteschön, ich kann jetzt los. Ich bin wieder da. Eins, zwei, drei, vier... Ach, das ist egal wer? Ja. Irgendein Spieler. Danke. Ahem. Like a great white shark, down the nil, beware the 25-foot crocodile. Crocodile. Nile. War gut. Aber ich muss wieder ein Fett zurück. Rapp, rapp, rar. Ich war schon mal auf der Position mit einer 3. Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Was hat man da gerade, oder? Ach, geh doch nach Hause. Bist wieder vergiftet, Krian. Wir können es direkt wieder wegtun, weil ich sowieso dran wäre. Also ist Blankwolf dran. Oh, scheiße. Eins vom Loch. Oh. Bei meinem Glück. A tiny bite can make you itch, make you sneeze, make you twitch. A soft mosquito disappear, all players move back to spaces. Bist du bitte meine Filo los? Die hab ich nicht, die hast du. Nein. Ich steh sie einfach ab. Konnte ich ja nicht, als ich hinschnell wurde, hattest du sie wieder. Oh, der hängt da. Jetzt bring doch mal die Würfel woanders, wenn ich bei meiner Figur. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Chubansi. Da gewinnt der Toni. Ich hasse es nicht. Ich will gucken, ob ich jetzt ins Ziel kommen wäre mit meiner 5. Nee. Na, 7 ist okay. Ich habe ja mit Spaß. Diesmal hat Toni gewonnen. Das ist natürlich eigentlich ungültig, aber was soll man machen? Nichts damit ungültig. Was denn sonst? Verdient. Verdient. Los, Krieger, lass ihn uns verprügeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.